Hey, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid. Ich bin in irgendeinem Labyrinth und quäle mich hier so ein bisschen durch. Ich habe noch zwei Flakons, habe gerade einen schwarzen Ritter besiegt und der Leichnam hier hat mich gerade ein bisschen erschreckt beim Wieder-Reinladen. Ja, da vorne sind so Feuerkugel-Boys, die müssen jetzt dran glauben. Hoffentlich müssen sie dran glauben. Ich will nicht schon wieder eine große, viel zu große Fresse haben. Boah, da sind halt... Ach, Moment, die Feuerkugeln, die spucken von sich aus. Mhm. Das ist ja mies. Ja, du, komm mal her. Genau, perfekt. Komm mal mit. Oh, nein, 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 nicht so, nicht so, nicht so, nein. Ach, ja, klar, jetzt wirfst du zwei. Ähm. Oh, nee. The fuck. Den Weg finde ich doch nie wieder. Ich habe eine zu große Fresse gehabt. Äh, nee. Ich glaube, ich wollte da runter, ne? Ey, schon wieder, weil der aufgestanden ist, habe ich ihn aus dem Pokus verloren. Ey, das ist so ein Mist. Sobald die aufstehen, wo ist der andere Räder? Hat er was getroppt? Ja. Heuriger Edelstein. Oh, mein schönes, großes, langes Leben ist weg. Die lange Lebensleiste. Schade, schade. War das hier? Ja, hier bin ich richtig. Aua. Fluch. Nee. Ach, wie sieh den doch an. Ja. Okay. Oh. 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 Okay. Kleine und große Titanitscherbe. Nice. Naja, guck mal, da sind wir schon wieder. Autsch. No. Nein, 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 ooooh. Okay, 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 alles gut. Wieder nur zwei Flakons übrig. Ich will jetzt erstmal kurz einmal hier nach hinten schauen. Hier sind Ratten. Eine Ratte. Noch eine Ratte. Okay. Okay. Ratte. Weiter runter. Da geht's einfach in die Lava runter. Ich hab... So Respekt hier vorne. No? Okay. Okay. Baden nur unter Aussicht erlaubt, ja. Hä? Hier ist einfach nix. Ach nö. Ihr blöden Mistviecher. Lass mich dich anvisieren, Mann. Ja, 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 ja. Oh, 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 nein, 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 raus hier. Gar nicht gut. Nein, da ist noch eins irgendwo. Oh, oh. Jetzt muss ich ein bisschen Abstand gewinnen. Das war, glaube ich, ein bisschen Lucky. Huh. Oh, Titanitschuppe, nice. Das Ding sieht fast so aus, als würde es noch leben. Ähm. Okay, vielleicht doch was bei den Ratten. Haben die doch einen Zweck? Haben die einen Durchgang beschützt, den ich nicht gesehen habe? Oh. Okay, seltsam. Hm. Na gut, aber es wird ja jetzt nicht der todeswichtige Loot sein, der da liegt. Aber. Ah, von der Seite. Okay. Hm. Ah, da komme ich wahrscheinlich dann... Äh, ich weiß. Okay. Da, wo ich nach links abgebogen bin, bei den Feuerboys. Oder bei den Feuerkugeln. Komme ich vermutlich dort raus. Okay. Können wir das bitte nicht machen? Nee. Er kommt einfach um die Ecke gesprintet mit seinem Drachen-Großschwert und verpasst mir einfach anders hart eine. Oh, Mann. Was für eine Scheiße. Ähm. Ich habe keinen Bock jetzt hier gegen euch alle zu kämpfen. Wir lassen das mal. Äh, wo muss ich lang? Ich habe vergessen, wo ich lang muss. Äh, nee. Hier bin ich doch richtig. Hier lang will ich, glaube ich. Oder? Oder? Ja, hier will ich lang. Ja, und hier ist die Luma mit der Lava. Ach, jetzt rennt die Ratte weg. Nee, das geht nicht. Ach, leck mich doch am Arsch. Warum kann der nicht so weit hüpfen, ey? Oh, der hüpft wie so eine alte Oma. Tschüss, 16.000 Seelen. Mist. Auf den Bademeister gewartet. Ja. 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 Leute, ist ja gut. Ja. Ja. Blöde Eisfiecher Nervbolzen War ich hier richtig? Ich glaube Ja Jungs Macht ihr mal euer Ding hier Wait Ich bin verwirrt Irgendwo bin ich gerade anders abgebogen Ich höre ihn schon laufen Ja schwarzes Ritterlein Wir warten, wir lassen das einfach Wir beide haben jetzt keine Lust aufeinander Sag ich dir gleich Kommst du mit? Ich hab den da unten rennen hören Den anderen Wo komm ich denn jetzt hier raus? Ha Blut Drachenreiterbogen Hm cool Könnte nützlich werden Ah, jetzt komm ich zu der Balliste Oder? Ja Wo ist sie? Über mir Oh, da ist sie Ich bin gespannt Was da oben ist Oh ne Nee Nee, 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 Jungs Lasst mal bleiben Nee Nee, 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 nee Nee, ich hab so keinen Bock auf euch Ganz ehrlich Vergiss es Ey, nee, nee, nee Machen wir nicht mit Machen wir einfach nicht mit Das ist mir zu doof Da bin ich nicht dabei Und bei euch, ja, haben wir jetzt halt Pech gehabt Ich muss hier einmal durch Da ist sie Ey, wisst ihr was? Wisst ihr was? Nein Sehe ich keinen Grund zu Der Wurm ist schon tot Den habe ich schon gekillt Einfach nein So, wir sind im Schnee Im Schnee sind Gegner, die Schneeig sind Deswegen Nehmen wir die Waffe mit Feuer So Easy Easy as that Hallo, ist hier irgendwas? Ne, okay Bringe eine Puppe Um passieren zu dürfen Oh oh What the fuck Wo kommst du denn her? Aua 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 Er beißt fünfmal zu Er beißt fünfmal zu Und er macht dicken, dicken Schaden Ähm Okay Bester Try bisher Ich probiere mal was aus Aber warte mal Ja, das habe ich mir schon fast gedacht Meine Rolle ist natürlich wild mit der dicken Keule Ist es so okay? Ne, immer noch nicht Müsste ein Ticken leichter werden noch Mhmm Schwierig Wie viel wiegt die denn eigentlich? 18,5 Was wiegt das jetzt? 4 Was passiert, wenn ich einfach Ich einfach rennen Was war das denn geiles? Nein What? Hier ist ne Mauer Lul Okay, Moment Dann bekämpfen wir eben doch Hundi zuerst Wo kommt der überhaupt her? Er spawnt einfach aus dem Nichts Okay Okay Ich bin ausgewichen Aber Spiel sagt nein Er blitzt Er blitzt Alter Du bist ein bisschen schnell Für so einen großen Köter Was Trifft mich Nein Jetzt war meine Keule zu kurz Danke Okay Hohe Priesters Rechtes Auge Okay Alright Der bekam das teure Proteinfutter Ja Da bin ich mir aber sicher Hä Ja Jetzt war meine Keule zu kurz So Jetzt nochmal Also warte mal Was macht der hohe Priesterring Verstärkt den Angriff Solange er andauert Bitte was Wie auch immer Jene die keine Puppe mit sich führen Puppe Eine fucking Puppe Jetzt bin ich eh schon fast beim Leuchtfeuer Sag mal Ken hast du dir diese ganzen Flachwitze irgendwo notiert Hast du da so eine Excel Tabelle Und hakst die auch immer ab Bei wem du welchen schon gebracht hast Oder Oh Mann Vor allem zieht die Scheiße bei mir auch noch Ich finde sowas Sehr amüsant Sag mal Hast du eigentlich Mein Kumpel da unten gekillt 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 Und return them to their molding Throne Der nervt Der nervt Der Diese depressive Nummer von dem Die nervt einfach nur Gib mir was auch immer du hast Schwerer Edelstein Danke Ey der Diese Heulsuse Die da rum sitzt Die kann keiner brauchen Ey Das ist einfach nur Also die Seele des Dämones Wollte ich eigentlich fressen Mal gucken Ey gib mir mal ne Puppe Oder komm mit Puppe Ich will ne Puppe von dir Aber einmal leveln Einmal leveln geht glaube ich Oder? Ne Ah Grad nicht mehr Hallo Hast du ne Puppe? Verkaufst du mir ne Puppe? Ah Well met Ashen One How may I be of service? Sie verkauft Das sieht aus wie ne Puppe Das sieht aus wie ne Puppe Der Talisman Helm der untoten Legionen Okay Aber was sie alles mittlerweile hat Mein Lebensring Geil Äh Ich glaub den kauf ich Mons Ah Guck mal Sie verkauft die Rüstung von dem Super Super Die wollte ich haben Aber da müsste ich mal ein bisschen Ding leveln Ähm Trag Tragfähigkeit Ähm Ja das ist jetzt Jetzt bin ich leicht verwirrt Ashen One B Ne Puppe Den da Den könnte ich doch bestimmt von seinem Sessel rupfen und Mitschleppen Der sieht aus wie Das ist nur noch so ne halbe Puppe Die da sitzt Kannst du mal mitkommen? Aha So Ah Most illustrious Lordseeker Or should I say Lord Slayer Fine kindling For the Thrones Is it not Each soul Truly worthy Of Lordship And all slain By thy hand To bind them To their Thrones Even in death Oh I have no qualms For as we are To our Thrones Thou art To thy duty In fact We think Stou hast helped These poor Lords Along their rightful path Kollege Ich hab nur einen gefunden Bisher Now now Do not Ich werde doch jetzt nicht Hier durch diese Ich werde doch jetzt nicht Zu der Balliste müssen Taxib內 Chr Chris Chris Ch Yong Chri Ch openings Chriz Ich bin hochgradig verwirrt. Hab ich irgendeinen Gegenstand, der mir vielleicht irgendwie noch einen Hint gibt? Wait. Wir machen mal noch eine andere Sache, damit ich das nicht vergesse. Ich meine, ich könnte es nochmal mit Glut versuchen und Menschlichkeit, ne? Das wäre noch eine Option. Aber... Aber... es sind waffeln waffeln die waffeln leveln verkaufst du mir vielleicht den puppe verstärkung oder durch eingießungen ok der erzählt mir hier nur was über waffen hurra ok also das könnte ich verbessern und die könnte ich auch verbessern ja das mache ich die war gerade cool das hat schon das war schon geil den großhammer ein bisschen verstärken hier vom dämonenkönig das ist nice und dafür bräuchten noch sechs und fünf habe ich ok naja gut dann in dem fall erstmal nix und dafür funkelt die dann wieder fehlen mir auch noch ein paar aber zumindest den hammer mal verstärkt finde ich gut ja ich hier war noch was nicht auf der seite sondern ich glaube das ist jetzt eine dumme idee mit der riesenkeule hier ran lang zu laufen egal ich probiere es einfach mal das falsche leuchtfeuer genommen auch gerade ja ist ja gut hilf mir lasst mich durch nee hundi nee hör auf das ist die falsche richtung ich will nach oben ich kann ja so machen ich wollte gerade sagen warum geht das nicht ich wollte gerade sagen warum geht das nicht ich muss mich kurz hier mal umgucken weil hier unten da steht noch so ein dämon dämon aber wie komme ich da hin da war ich noch nicht da war ich noch nicht es sieht so aus als würde ich da hinten durchkommen aus richtung loch mit äh baum wesen ha aber da finde ich doch jetzt auch keine puppe okay ich bin äußerst verwirrt und wo steht der hier ah guck mal okay 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 guck einer an ähm ähm moment hier und dann nee hier gg well played okay okay also ich muss ja sagen ich finde meine große keule echt super kann man hier eigentlich ausschließlich in den tod fallen ja auch wenn ich noch nicht verstanden habe die leuchtet im dunkeln ja eben genau so was ist toll auch wenn ich noch nicht direkt verstanden habe wie diese da irgendwie ich den boden anzünden kann angeblich kann ich ja den boden anzünden aber es funktioniert irgendwie nicht so an welcher stelle muss ich hier raushüpfen hier nein nein die 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 schneiden wir nachher raus hat keiner gesehen Wird so nicht veröffentlicht Also ich finde meine große Keule ja echt super Die leuchtet im Dunkeln Als Kinder fand man das immer super Wenn irgendwas im Dunkeln geleuchtet hat Warum soll einen das als Erwachsener nicht auch begeistern dürfen Das ist doch toll Was? Seelen zurückgehalten? Keine Ahnung, die lagen da einfach rum Weiß auch nicht Ach Nee Also ich hab auch noch nicht rausgefunden Wie ich den Boden anzünd Mit der Keule Guck mal, easy Gar kein Thema Bin hier auch noch nie runtergefallen Und gestorben Ach, da sitzt er ja Wie bist du hier überhaupt hier hochgekommen, du Nasenbär Super Okay Okay On some days I begin to doubt myself I went up the tower So I thought Then somehow ended up here I'm not exactly sure what happened Anyhow Do you see that? That humongous beast? I'm no coward and I have a steady hand But that thing makes my skin crawl How now Think twice before you go down that road Ja, Kollege Geil Ah, das ist ja super Ich könnte versuchen, zu sprechen Ja, okay Ist hier noch irgendwas? Nee Ja gut Los geht's Verprügeln wir einen weiteren Dämon Diesmal Mit der Nee, wieso? Er hilft einfach Und macht den letzten Hit Easy Kein Thema Siegbräu Zum Wohl Auf dich Brennender Siegbärd Stärkt Kälteresistenz Okay, cool Er brennt nicht mehr Der gute Siegbärde Ja, das war's jetzt, oder wie? Okay So, jetzt hängen hier irgendwie ein paar Boys von Bäumen Und Finde ich hier eine Puppe irgendwo Ähm Du fällst von oben runter Nein Okay Dann nicht Jetzt hab ich nicht aufgepasst, was ich gelootet hab Ey Du siehst aus, als würdest du dich gleich bewegen Aha Aha Ich hab's gewusst Verdammte Bastarde Ihr blöden Hässlichen Käfig Piecher Mit dem Dämon verhandeln, ja Wer weiß Vielleicht Vielleicht hätte ich das können Aber er sollte doch Die Keule seines Königs zu spüren bekommen Ah, Hundis Dreckige Mistköter Können wir das bitte in Zukunft anders machen Ohne Schreckmomente Das wär mir echt ganz Ich wär euch dankbar Ich weiß nicht Ich hab mein altes Herz Wie lange das mitmacht So alt bin ich jetzt auch nicht Aber Hey Habt ihr eine Puppe? Oh, aua Warte kurz Hey 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 Warte kurz Ich hab gesagt Warte kurz Missionar Missionar Du bist ein Missionar Du bist eine alte Hexe Mehr nicht Ich wollt mal den schweren Angriff ausprobieren Okay Ach, Mann Ach, Mann, ey Ja, das ist es halt Mit so einer Keule, ne Dauert 100 Jahre Bis die zuschlägt Jaja Schnauze Fettsack Puppe Hast du eine Puppe? Lins Ring Verringerte Belastung Erhöht körperliche Angriffe Geil Oho Jetzt hab ich mit der Riesenkeule Ne schnelle Rolle Kann ich jetzt wieder mein besseres Oberteil anziehen? Das hier war's, glaub ich, ne? Nope Kann ich nicht Macht nix Laufen wir halt in schäbigen Lumpen rum Hm Hier ist auch keine Puppe In den Kisten vielleicht? Nö Kann ich hier? Nö Jetzt muss ich hier Hm Wo hängt der? Da Na, der hängt unten dran Oh, was ist das hier? Schwindende Seele So, du hast noch ein Loot für mich Wow Eine Großkeule Ich glaube, ich hätte... Das ist ein Gebiet, in das ich hätte früher kommen sollen Ich glaube, ich bin zu spät Also Der Loot hier ist schon Unter meinem Niveau Ach, guck mal Hast du vielleicht Hast du vielleicht Ja, ja, ist ja gut Hast du vielleicht ne Puppe? Eine bleiche Zunge Kann ich das auch als Puppe verkaufen? Ne Wahrscheinlich nicht Ach, der Bogen macht mich jetzt wieder so schwer Dass ich nicht schnell rollen kann Ja, perfekt Ja, das war's hier, wa? Ja Nun gut Ich hab mir schon fast gedacht Dass es hier keine Puppe gibt Huh Gibt noch ne Kleinigkeit Jetzt finde ich mich hier nicht mehr zurecht Das ist da zurecht Aber hier müsste es passen Mit dir hab ich noch nicht geredet Ja Ja, okay Hab ich schon Sie hat vergessen, dass sie blind ist Ja, das ist jetzt irgendwie Unbefriedigend Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss Keiner sagt mir Keiner sagt mir Geh in die oder die Richtung Hier gibt's ne Puppe Oder Schau mal hier vorbei Da gibt's noch irgendwas Feines Ist es Ist es der Loot, den ich da unten gesehen hab? Das müsste sich relativ easy prüfen lassen Ähm War das Wo war denn das? Hier, ne? Ich glaub das war's Dieses Emote kann ich nicht zuordnen Kennen Musst du noch Staub saugen Oder was ist das? Das ist so winzig Ich kann's nicht erkennen Okay Okay, ich denke Ich bin hier echt besser aufgehoben Wenn ich will ne andere Waffe nehmen Da hab ich eigentlich irgendwelche coolen Schilde noch gefunden Ne, ne? Schild des Verlangens Ne, ich will ja schon parieren können Achso Eine Frau mit Blindenstock Jetzt hat Einen klitzekleinen Tipp raushauen Ja Moment Ich hab ja noch ne Idee gerade Warte hinter mir Spuckt gleich einer Feuer Wartet kurz Warum kommen jetzt hier außerdem drei von euch? Sag mal Seid ihr eigentlich Ihr habt sie doch nicht mehr alle Was? Nein Nicht Heimatknochen Skuss Der 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 realizes Ich habe ja schon eine Idee, wo ich jetzt hin will. Um noch zu gucken, weil da hinten ja Loot war. Hier geradeaus war ich noch nicht. Oh, was ist hier? Ach, hier komme ich wieder hier raus. Aha. Ja, ja, ist okay. Ich will nichts von euch. Von euch will ich eigentlich echt auch nichts. Ah, und hier komme ich... Ah, da ist die an der andere Aufgang. Hier will ich hin. Hier will ich hin. Hört auf. Nee, hier will ich nicht hin. Fluch! Aha, 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 aha. Jetzt weiß ich, wofür die Ratten sind. Jetzt weiß ich, wofür die Ratten sind. Okay. Das war der falsche Weg. Nochmal. Oh, hi. Das ist auch der falsche Weg. Ich will eigentlich woanders hin. Entschuldigung. Äh, nee. Geradeaus passt. Dann hier hinter. Jungs, hört mal auf. Ja, ist okay. Alles gut, alles gut. So, dann drei Türen, an denen ich vorbeilaufen muss. Ey, und du feuerst natürlich genau in meinen Weg rein, ne? Ja, ja, ja. Ist schon. Ist schon in Ordnung. Hast du eine Puppe? Nee, und dort einen Knochensplitter. Und jetzt kommt so ein Ding von oben. Nein, stopp. Es reicht. Es reicht. Ja, ich weiß. Ich mache hier ein bisschen wilde Sachen. Entschuldigung. Okay, nee. Hier komme ich nicht dahin, wo ich dachte, dass ich hinkomme. Das müsste ja dann hier rechts sein, eigentlich. Hä? Ich bin verwirrt. Weil genau hier hinter, das heißt, es muss doch weiter oben sein. Warte kurz. Warte kurz, hör auf. Nein. Da oben. Ist das jetzt klug so rum? Thorsten. Grüß dich. Hallo. Warte, ey. Ey, nicht. Ist jetzt gut, ey. Ich suche Sachen. Hört mal auf jetzt. Oh, das sieht alles gleich aus. Woher soll ich wissen, wo ich hin will? Das ist ganz oben. Ja, komm. Machen wir hier. Gehen wir. Ich gehe einfach den Weg. Weil den kenne ich jetzt. Da weiß ich jetzt, wo es hingeht. Da drauf. Das Herz der Karten. Schon wieder. Das ist ja auch ein super Kommentar jetzt. Der mir überhaupt rein gar nichts bringt. Falsches Spiel. Außerdem falsches Spiel. Ja, wenn, dann spiele ich Magic. So, gibt es hier dann irgendwie einen Durchgang, den ich nicht gesehen habe oder was? Ach so, ja, stimmt. Er ist ja auch noch da. Ja, Leute, ist okay. Ich sterbe jetzt hier eh nochmal. Alles gut. Ha. Aber das ist... Das ist das falsche Leuchtfeuer, um dahin zu suchen jetzt. Ich glaube, das müsste besser sein. Krüge, Pinguin könnte ein Vogel... Jetzt wird es ganz wild. Ich glaube, ich lese jetzt erstmal die nächste Viertelstunde keinen Chat mehr. Genau, also hier haben wir jetzt die Ecke, wo ich gerade hingerannt bin. Aua. Ihr tut mir ganz schön weh. Lass mal. Reicht. Da drüben ist auch noch ein wilder Durchgang. Oh Mann, ey. Aber hier war doch irgendwo... Ich will eigentlich nur an den einen Loot. Wahrscheinlich ist das gar nicht die Puppel. Ah, also... Ja, tatsächlich... Tatsächlich wäre es vielleicht gar nicht so dumm... Damit es auch einfach spannend bleibt zum Anschauen. Hier eine kleine Info, wo ich hin muss. In welchem Gebiet ich suchen muss oder so. Die Puppe wird von einem Boss gedroppt. Okay, alles klar. Das heißt, das ist schon mal alles... Mutz, was ich hier mache. Hä? Aber dann bin ich ja noch mehr verwirrt. Habe ich irgendwo einen Boss gesehen, den ich... Okay, Moment. Ich vermute mal, dass ich hier unten schon richtig bin. Nur habe ich den Weg zum Boss noch nicht gefunden. Oder hat der alte Dämonenkönig die gedroppt und ich habe irgendwie was übersehen dort in der Ecke? Nee. Normalerweise kriegt man ja den Loot von Bossen immer sofort ins Inventar. Da wird ja gar nicht... Da wird ja gar nicht... Gefragt, ob ich das haben will oder nicht. Sondern das wird mir einfach ins Inventar gedroppt und fertig. Gibt es hier unten noch einen anderen Boss? Nee. Und oben bei der Balliste war doch auch keine Bostür. Oder habe ich die einfach übersehen? Ich könnte mir vorstellen, dass ich in diesem Sumpf noch irgendwas, irgendeine Ecke nicht richtig gesehen habe. Nicht richtig untersucht habe, dass es da noch irgendwo einen Weg gibt. Untoten Siedlungen. Die ist durch. Da war ich in jeder Ecke. Auf der Mauer. Ging es in die eine Richtung noch weiter? Nee, da war auch Ende. Ja, genau. Deswegen bin ich dann wieder zurückgelaufen. Okay, nee. Mauer ist auch durch. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Kathedrale vielleicht jetzt noch was für mich offen hält. Da gucke ich mal kurz hin, weil da waren noch ein paar Sachen, die... Genau, einmal in die Kathedrale reingucken. Ey, ich vergesse schon wieder die Zeit. Hey, dieses Spiel macht so viel Spaß. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt und gesehen, dass die YouTube-Aufnahme schon bei einer Stunde fünf ist. Und deswegen geht jetzt an YouTube wieder ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ja, hau da rein. Schönen Tag. Tschüss.